die mitten gehen nicht aber die schilde gehen einfach ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter Schwede Boah ist mir Elbengeschoss ey Keine Zeit, keine Zeit Hi Perfekt So kommt man ganz gut ran Hat genug gefolgt, Leute mal bei sich zu deiner Verfügung Machen wir das gleiche auch hier, würde ich sagen Goody goody Hi Komm her Befehligen Eine Revolte Ja Machen wir das so Ja, die Revolte steigt dann da unten an Und wir Geht da hin Nein Uninteressant Jo Da ist unser Leibwächter Warum stehst du so rum Du folgst mir jetzt Wir sind beschäftigt Stör jemand anderen Ja 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 Was ist das? 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 Feuer? Was ist das? 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 Ja. Okay. Okay. Beherrschen. Befehligen. 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 Perfekt. So. Der Trick hat mir echt... Also das war jetzt echt gerade so ein... Es war ein knapper Machtkampf. Das ist meine. Das ist auch meine. Das jetzt auch. Ich habe gerade mit einem Zug noch drei neue bekommen. Das heißt wir müssen jetzt ihn suchen. Ich würde aber gerne auf die Häuptlinge gehen. Weil die ziehen nämlich andere mit an. Was aber auch bei ihm ist, wenn ich ihn suche. Aber das wäre das mal unser Ziel. Unser nächstes. Der ist... Weiß ich auch nicht wo. Ich muss auch noch Pflanzen suchen. Irgendwo war doch hier eine Pflanze, die ich nehmen konnte. Ich habe die Schnauze voll von Entsgraden. Ich bekomme du auch. Meine waren in letzter Zeit absolut nutzlos. Ich habe die Schnauze voll von Entsgraden. So, ich müsste eigentlich noch die... Das Pfeifenkraut... Dort Pfeifenkraut kriege ich wo? Ist das noch im ersten Gebiet hier? Und den gelben Halbmond. Den kriege ich nicht hier, ne? Ich glaube, das kriege ich alles drüben. Zockt der. Da gehen wir hin. Das wäre der hier. Ich muss wieder auf die Aufnahmen aufpassen. Ja. Das zählt gegen den. 2 von 5 gebrannt, Markt. Das passt ganz gut. So viele wie möglich gegeneinander hetzen. Moment. Ei. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Äh, wir herrschen. Ja. 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 Und zwar über den... Töten. Mhärschen, Information sammeln. Die beiden werden offen und der hat den und den offen, also nämlich den hinteren. 11. Nimm ich den einen, also am besten je mehr ich einnehme, desto besser. Na, töten. Sauber Sache. Dann steht fest das Duell. Nein, hat es sich nicht. Duell. Ich will den Eisenarm, entweder nehme ich ihn ein oder ich töte ihn. So, und da kommen meine Gefolgsleute gleich mit. Ich hasse dich! Ich hasse dich so sehr! Stu! Genug geredet! Jetzt wird sich umgebracht! Ich töte dich jetzt! Hi! Wir wollen uns gegenseitig töten! Einer von uns wird sterben! Ja! Und ich werde der sein, der dich tötet! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Friss! Was? Ja! Okay! Dann ist er halt gestorben! Gibt nichts anderes übrig! Guck mal was ich da für eine Armee aufgebaut habe! Mit denen! Kann wegfallen, ist egal! Die Macht steigt halt durch den, je fetter die werden! Ja! Zauber! Sammeln wir das ein! Jetzt habe ich noch irgendwo ein Schwert, ne? Ja! Aber das ist nicht schlimm! Wir machen jetzt... Sind Olle da? Ja! Komm her! Ja! Ja! Schnell! Befehligen! Befehligen... Rekordierung! Rekordierung! Oh, der rastet jetzt, glaube ich, richtig aus, ne? Mehr. Befehligen. Er wollte. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen, weil dann kommen ja alle. So, der da hin. Wahnsinnig, sage ich. Ja. 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 Ja.